Die Mini-Pigs und die Kuh. Mitten auf der Autobahn steht seit Sonntagmorgen eine Kuh. Jedem, der vorbeikommt, ruft sie laut und freundlich etwas zu. Oh, la, oh, 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 oh. Die Crew hat keinen Führerschein, kein Fahrrad und auch nur noch einen Schuh. Sie hat nur einen Regenschirm und alles, was sie sagen will, ist Blut. Die Autos bleiben stehen, erst eins, dann zwei, dann drei, dann hundertzehn und alle finden es toll, ne Kuh auf der Autobahn zu sehen. Ein Engländer steckt auch im Stau und sagt auf Englisch, what a crowd, es sollte uns Red Queen mal sehen, wirklich wunderschön. Die Crew macht Ruhe und was machst du? Die Crew macht Ruhe und wie machst du? Oh la, oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020